Ja, herzlichen Dank für diesen Film, den Sie uns hier nach Wien gebracht haben. Sie haben uns sicher vor allem diesen Geist der Selbstlosigkeit der Mönche spüren lassen durch diesen Film und auch den Geist der Nähe zu den Ursprüngen, zu Gott, wie es jeder auch erleben mag. Und ich hoffe, dass das auch diese Botschaft in diese Welt hinausgeht, weil ich glaube, diese Welt braucht heute diese Botschaft. Danke. Danke.